Wir sind aus der Lobby rausgegangen, weil er die Sound-Einstellungen machen wollte. Genau. Ja, aber danach bin ich immer alleine in der Lobby. Ja, dann ist es vielleicht ein Fehler gewesen, aber wir sind wirklich hier drin. Wir warten nur auf dich, echt ohne Scheiß. Ohne dich jetzt hier verarschen zu wollen oder irgendwas. Genau. War das doch grad dein Spiel neu oder was? Naja. Okay. Ne, start's nicht neu, wenn das jetzt nochmal passiert, dann spiel ich was anderes. Dann scheiß aufs Quid. So, Ingo, lad ihn ein. Ja. Bin ich gespannt. Guck. Wir sind die ganze Zeit hier schon drin. Ja, jetzt bist du noch drin. Hongkong Peak Road Abfahrt. Deine Mutter, ey. Deine Mutter, ey. Das ist meine Tante, wahr? Das ist aber du, ey. Ja, keine Ahnung. Du hübsch schon wieder den Volkswagen. Nason, bist du bescheuert, ey? Hab ich nicht. Doch. Der hält Nason hat den Dodge Challenge auf. Oh. Ist das schwer? Äh. Ja. Der ist schwer. Das weiß die auch schon. Ach man, ich dachte, der wäre einfacher. Und ich dachte, das wäre schwer. Nee, der ist schwer. Ich dachte, der ist eins, Nason. Der rutscht wie eine Hure, ey. Wirklich? Und dann noch irgendwo gehen. Hier ist keine schlechte Laune in Coming. Mana hat gedacht, es sei einfach nur, wir wollen ihn verarschen, aber es war leider nicht so. Ah, so geil. Du musst aber auch dazu sagen, Mana ist auch so ein relativ langer Wach und von daher ist es logisch, dass er so reagiert. Ja, Nacht. Wie war Mana? Nacht 2, passend nichts Gutes. Du hast von Nason fernhalten, ey. Und das sagt der Richtige, der mich am Anfang weggehaunt hat. Nein, nicht deswegen. Alter, was soll das, Ingo? Du hast mich berührt. Hab ich gar nicht. Nimm ich? Nee, nee. Du hast, ja, hallo, du hast mich berührt. Nee, 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 sowas lasse ich mir jetzt schon nicht bestellen. Scheiße, Alter. Wuhu! Oh, Herr Molly gibt mir nochmal einen mit. Börje, was machst du denn? Oh, nein. Äh? Ich mach genau so scheiße wie Börje. Jaa! Alle Türen weg. Ich hab alle Türen weg. Ich hab gar nichts mehr. Bin du entscheidest, auf den Ostzug? Aber mal so richtig, ey. Oh, lecker. Doch, ey, mit den Autos ist das doch scheiße. Oh, ja. Ich kann jetzt schon stehen bleiben, ey. Ich will mich hinfahren. Ich bin fast rübergeflogen. Oh, nice, ey. Oh, Böse vor mir, Böse vor mir. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Bitte, bitte, bitte. Boah, nee, Alter. Du hast auch keine Türen mehr, Börje. Nee, du börst auch keine Türen mehr. Nee, du kannst das so einstellen, dass wir alle, äh, dass wir alle die gleichen Fahrzeuge haben, dass ich auch euren Wagen nehmen kann. Natürlich, hättest du auswählen können. Ja, nee, ich konnte nur diesen Volkswagen und den hier auswählen. Nee, da ist noch einer dabei. Ja, dann hat er uns mit denen noch nicht gekauft. Alter, das ist doch schrecklich mit dem coolen Ding, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, mein Gott. Böö, ist Dingsboot weggeflogen. Nice. Böö, was los? Böö. Böö, fuck. Böö, ist Böö, gemutet? Weiß ich nicht. Böö, ja. Was ist denn? Was ist denn? Wir haben auch gar nichts gemacht. Also, er ist jetzt verrückt, ey, wirklich ohne Spaß. Wir haben wirklich nichts gemacht. Oder er konnte sich doch so extrem auf uns trennen. Also, ist er normalerweise nicht. Alter, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Scheiße. Ich hab mal angekloppt. Oh, mein. Irgendwas stimmt mit meinem Reifen nicht. Entschuldigung. Naja, mir tut das so gar nicht leid. Noch? Ja, deswegen auch die Lache, ne? Naja. So. Oh, fuck. Alter, da war nur Kurve noch. Ich hab wohl nicht mehr drauf geachtet. Ich verstehe. Scheiße, lieber Lass. Böö, ja. So, ey. Was ist los? Was ist los, Wichser? Was hab ich denn gemacht? Hä? Sag mal ehrlich, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab mich verarscht. Nein. Wirklich nicht, ey. Ich schwör auf alles. Wirklich, Böö. Das ist jetzt scheiße von dir, ey. Du bist scheiße im Kopf, ey. Ey, wie hätten wir das denn machen sollen? Wenn wir alle rausgegangen wären, wäre die Lobby doch geschlossen gewesen. Da wärst du doch gar nicht reingekommen. Jetzt war ich ja immer alleine in einer Lobby. Da war ich alleine in einer Lobby. Jeder ist dann separat in einer Lobby. Hier hat niemanden, oh, ich hab niemanden verarscht. Ich hoffe ich für euch. Oh, nein. Ey, ich bin doch noch im Leben meiner Tochter. Okay, dann glaub ich's. Ich hab extra gesagt, ich hab alles vorgelesen auch, was da stand. Kurz bin ich noch bei euch und jetzt nicht weg. Ah, fuck. Wer ist hinter mir? Okay, alles klar. Ah, man, ey. Scheiße, der kann man einfach nicht driften. Mip, mip. Mip, mip. Wie gut, dass ich vorher gebremst hab, ey. Und das hat mir so vorbeigeruscht, ey. Alter. Okay, jetzt hab ich die Kurve scheiße genommen, ey. Bin jetzt gerade im Ziel. Jetzt erst im Ziel? Ja. Ja, wenn ich drifte, dann dreht er sich einmal komplett rüber. Das ist ein Muscle Car, die rutschen. Das ist ein Muscle Car. Das Ding hat drach ja einen Heckantrieb. Ey, das ist echt ätzend. Ja, du hast den gewählt. Weil ich dachte, ihr hättet den die ganze Zeit. Ne, wir haben den. Ne, wir haben einfach Romeo. Das ist das geilste Auto, was ich find ich persönlich halt in dem Spiel. Ja, weil da ist flott, gut in der Beschleunigung und verdammt zu dem Handling. Ja. Ja, der blüßt richtig schön platt auf der Straße drauf. Dann kriegst du es reich nicht. Gut, das ist okay. Ja, wenn er richtig auch getuned ist. Ja gut, okay. Also, aber, äh, die Beschleunigung von dem Alpha-Handler ist das toll. Das ist schon in der dritten Runde. Rage-Mode, schreibt er, äh, Frosty. Depends. Geschwass noch, ey. Ja, das war die erste Runde, ey. Okay, jetzt hab ich die Kurve scheiße genommen, ey. Bin jetzt gerade im Ziel. Jetzt erst im Ziel? Ja. Ja, wenn ich drifte, dann dreht er sich einmal komplett um. Das ist ein Muscle Car, die Rutschen. Das ist ein Muscle Car. Das Ding hat ja einen Heckanzug. Ey, das ist echt ätzend. Ne, du hast den gewählt. Weil ich dachte, ihr hättet den die ganze Zeit. Ne, wir haben den. Das ist das geilste Auto, also, finde ich persönlich, halt, in dem Spiel. Ja, weil da ist flott, gute noch Beschleunigung und verdammt zu dem Handling. Ja. Der liegt richtig schön platt auf der Straße drauf. Der kriegst das gleich nicht. Ja, gut, okay. Also, aber, äh, an die Beschleunigung von dem Alpha dann läuft nicht rein. Seid ich schon in der dritten Runde? Rage Mode, schreibt er, äh, Frosty. Der ist aber bei Penny noch nicht. Aber er wuchs jetzt gerade eher ruhig, wo er geglaubt hatte, wir hätten ihn verarscht, ey. Seid ich in der dritten Runde? Ja. Ah, wenigstens ist es bald vorbei. Was ich trotzdem hasse, wenn jemand nicht wegrammt, ein Zweiter zu werden. Aber es gehört halt zum Spiel dazu, ja. In eine Formel 1? In, 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 hier darf man aber nicht. Immer. Was? In Formel 1 darf man sich in die Welt kennen, das, äh, rammt das weiß. Das passiert, aber, äh, das passiert mit der Formel 1 zu vergleichen, das passiert mit der Formel 1 zu vergleichen, das ist ja eher zu vergleichen, mit der Tour umgebladen, als zu kann. Ja, und da rammt die sich auch ab und zu mal aus Versehen ab. Aus Versehen, du rammst aber gerne mal extra, du. Nein! Vorhin einmal bei Mördi hab ich's versucht, aber es ging halt nicht so. Aber sonst normalerweise mach ich das wirklich gar nicht. Gar nicht. Ich hab da immer mit... Immer wenn jemand mich überholt, überholt der nur durch Ramm. Ja, hallo, wenn die... Ihr fahrt genau die gleiche Spur, die ich auch fahren möchte. Ja, dann musst du mal Windschätzen nutzen oder sowas halt, wie man richtig fährt. Wir haben hier mit... Oh, boah, Alter. Das waren ja gerade... Was? Ach du Scheiße, was passiert hier gerade mit mir? Was ist die schnellste Runde mit 1,21, 0,7 und 7? Was zur Hölle passiert hier mit mir? Cool. Weiß ich nicht. Das war die schnellste Runde, Ingo. Ja. Oh, nee, ich schaff das noch, ich schaff das noch, ich schaff das auch. Ich schaff das auch. Also 8 Zehntel warst du langsamer wie ich. Genau. Boah, ist cool. Ist lauf Rösti. Hey, das T-Bot from my dad. Aber was man ja auch sagen muss, ihr magst so Strecken nicht. Und ich genauso nicht. Mana ist mehr so für diese Stadtstrecken ganz gut geeignet. Da bin ich aber auch gut, ey. Ohne Witz. Ja, nicht so schaff das. Ich schaff das, aber trotzdem nur durch Ramm, Ingo. Ich schaff das auf der Rennstrecke, wie gut ist das auf einmal war. Ingo ist nur gut, wenn er nämlich alle wegrammt erst mal, dass er schön weit Vorsprung hat. Oh, halt doch mal jetzt mal an den Backen, ey. Ist das so? Man kann es nicht anders. Mann, das passiert, ey. Ja, aber du machst das schon. Immer wenn Ingmar mich überholt, werde ich gerammt. Immer dann. Der überholt nicht mal richtig. Nee, ist nur mich im Nacken, ey. Alter, das ist so gemein. Ach, keine Sorge, ich bin in der ersten Kurve, bin ich weg. Ach, Ingo, du stinkst, ne? Du stinkst auf Scheiße, weißt du das? Jo. Ja, er drängt nämlich da sofort weg, ey. In der... Jetzt gewann ich meine Kurve, da. Alter! Nee, hör dir, lass du mich. Ja, morg. Bin ich reingefahren. Da hab ich alles abgekriegt, ja. Ja, Mordi hat gedriftet, ich hab gedriftet und ich war genau neben ihm und er hat aber zu stark gedriftet und dann, ja, ist es halt passiert, ne? Ja, und da bin ich voll in Mordi geknallt und dann hab ich dir eh viel geholfen. Ja. Alter, I hate it! Oh, Börj ist schon weit weg. Hier runter holt er sich, ey. Naja, muss nicht sein. Dass diese Berg-Auffahrt-Erstrecke, die kann ich nicht. Finde die geil. Sie haben 7 von der Hacker, ich habe für euch hier helfen. Ja. Viel Spaß, ey. Was ist für mich geil? Der Appetit. Kommt gleich. Aber richtig Extreme. Was, also das Dandruff gepackt hat? Hanna? Ja? Geht's da. Was? Geht's da? Ja, bin ich doch. Oh, ich hab nichts gemacht. Och, du klingst. Und da war immer noch so komplett voll da. Du musst nicht ausrechnen. Ja, dann level ich und müsste respawnen. Fuck. Was ist los mit mir jetzt gerade, ey? Ey, das... Ohne Witz, ey. Der dreht sich einfach um 360 Grad. Wer denkt sich denn so'n Frotts-Auto aus, ey? Der Amerikaner. Der Amerikaner. Oh, es ist vorbei, danke. Oh, ich bin schwer. Habt ihr halt so'n Glück gehabt, dass Murdy und ich uns gegenseitig halt ausgeknipst haben, sozusagen. Ja, aber nicht absichtlich, aber nicht absichtlich, sondern halt wirklich... Nein, nein, das war schon gar nicht absichtlich, also da halt, wenn, äh, dann kannst du ja auch gerne Vorwürfe machen. Ja, deal, deal, deal. Du sollst dich mal auf den Chat auch konzentrieren. Nein, ich soll mich nicht auf...